Ich habe gewartet, weil Rohr so wie 10 Meter hinter mir läuft oder 15. Die innere Kurve muss immer langsamer laufen. Der vorletzte von der linken Gruppe läuft schon wieder so wie eingeschissen. Das ist Dito. So wie du letztes Mal. Geh mal gerade, Dito. Ja, genau. Geh gerade. Ich bin in der Ballstellung gelaufen. Dito hat Rücken. Hätte auch die schwere Kanonen auf den Rücken gemacht. Den Gegner. Ja, ich glaube auch. Den sehe ich mit bloßen Augen. Ja, genau. Den sieht man links von einem Baum. Ja, den sehe ich auch. Ja, den sieht jeder. Ja, das war gut. Nur Roscher, ne. Aber die Anzeige war gut. Links von einem Baum. Das ist noch ein Gegner. Noch weiter rechts auf dem Hügel. So nochmal einer. Was? Weiter rechts noch einer? Den sehe ich. Ja, den ersten, zweiten Hügel. Der ganz leicht geht da jetzt hinten runter. Sind so auf 184 und der andere ist so auf 182. Äh, einer 184, einer 182. Oh, ich habe die Formation verloren, wenn du rumguckst. Ja, ich habe nichts. Ja. Ich habe jetzt einen Kompass offen, während ich laufe. Kann ich wenigstens gleich die Richtung ansagen. Da sind zwei jetzt vorne an dem Hügel. Habe ich doch gerade gesagt. So, ja, okay. Ich habe es nochmal bestätigt. Da habe ich auch mal eine Meldung gemacht. Ja, ist ganz gut gemacht. Hast du gut gemacht. Ist ein Stern. Der eine läuft jetzt. Ja, sie laufen jetzt beide hinter den Hügel. Jetzt rennen sie. Die rennen. Ja, der eine rennt. Der muss mal dringend. Der ist im Busch gerannt. Wer läuft denn da auf der zweiten Seite, der zweite Gruppe? Andi ist das, ey. Was? 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 Haben wir die Rollstuhle nicht mit? Oder das habe ich je. Besser? Nein. Da kannst du mal sehen, wie die heutzutage andere rekrutieren, ey. Ich schau dir die Maus nach hinten. Ich schau dir die Sonne an, Andi. Jeben. Zieh mal die Maus nach hinten. Du solltest mal einfach hoch. Zurückziehen. Ja, so. Einfach hoch. Ein kleines Stück noch. Weiter hoch. Schau mal. Was? Ja, jetzt gehst du auf. Was? Andi liegt wieder mit dem Tracky. Ja, wahrscheinlich auch mit der Tastatur. Ne, mache ich nicht. Guckt normal. Ja, geradeaus. In die Fortrichtung. Ja, ja. Deswegen läuft es ja auch wie ein Opa mit 80 und Kutschdruck. Was denn nur, Leute. Ne, na klar ist das Tracky zu. Tracky R, wenn dein Körper weiter runter geht, schaut er mit dem Kopf weiter nach oben und schon sieht es aus wie ein Opa. Ja, ja, genau. Tracky R ist toll. Das ist die schönste Körperhaltung. Besser. So, weiter. Also wenn ich so stehe, gucke ich hier eine Luft. Bist ein bisschen hochnäsig jetzt, ja. Okay. Aber die gehen echt sehr geschüllt. Ich bin animiert. Perfekt. Ey, Lars, coole Brille. Äh, direkt vor uns, äh, Gegner. Was macht Bonnert gerade? Coole Brille, sag ich. Äh, wir sind bald in Reichweite der Gegner. Boah. Und? Bei uns auf dem Hügel war einer. Ja. Mal den Gschert gleich links raus. Mal den Scrober. Ey, der ist genau, der ist genau vor mir. Ja, der ist genau vor uns hier. Hallo. 50 Meter. Wartet doch mal, dem Squad Leader gefällt die Mut-Formation. Das Fahrzeug ist wahrscheinlich wieder da, vom Zivilfahrzeug. Ja, kommt hinter uns, glaube ich. So, wer sieht ihn denn alles? Ja, ich sehe ihn. Das ist ein Fahrzeug hinter uns. Ich sehe ihn vor uns, ja. Feuer ist ein. Ja, super. Hättest du dich früher sagen können. Ist er schon weggerannt. Ist er mir jetzt hinbekommen? Ja. Das war ich wahrscheinlich. Ich war hinter dir. Nein, du bist vor mir direkt in meine Schussbahn gelaufen. Du bist über mich drüber gerannt. Ich lag nämlich auf dem Boden. Feuer einstellen. Erwischt. Ich hatte mich auf den Boden geschmissen, das ist ja noch. Ich bin aber stehen geblieben. Du liegst aber vor mir. Ja, ich weiß. Hab ich gerade gesehen. Ich weiß selbst nicht warum. Was? Wo kommt denn der Beschuss her? Da hinten. 210 Grad. Von der Straße steht er. Seht keinen. Ich bin auch auf der Straße. Ja, ich sehe die Straße nicht. Lauter Bäume im Weg. Ja. Aber hättest du mich gekillt, wäre er die Anzeige gekommen. Teamkill. Ich sehe keinen Gegner. Ja, ich bin tot jetzt mittlerweile. Maldenk ist gleich hier auf dem Berg lang links. Ja. Bis dahin wieder da ist. Die andere kommen wieder an der Straße weiter. Und die andere geht an der Straße weiter. Der bleib ich. Ja. Oh, jeder mal Leichen schlettern. Ich weiß nicht, Tito hat da irgendwas rausgeholt. Bestimmt die Bilder von seiner Schwester oder so. Äh, Rolf. Ja. Stopp. Er ist noch nicht da. Mit dem ganzen Rauchkanal. Die Misanu ist noch nicht da. Er ist so back gestorben. Okay, das habe ich gleich mitbekommen. Ich dachte, er wäre nur in den Weg gelaufen. Aber dass es ihn gleich erwischt hat. Er hat die Kugel aufgefangen für Martin. Oh, Pepper setzt sich wieder hin. Sieht ja aus, ey. Das ist die zweitniedrigste, ne, die drittniedrigste Stellung. Aber da hältst du die Knarre ruhig. Ja, das ist korrekt. Was für eine Taste muss man da drücken? Ich bin drin. Ne, das ist Steuerung, Pfeil hoch oder runter. Je nachdem, wenn du liegst. Einmal Steuerung, Pfeil hoch. Musst aber die Waffe im Anschlag haben. Weiter. Gehen wir normal oder langsam? Mal. Oder. Normal. Jetzt. Meine Gruppe geduckt hinter mir her auf dem Hügel. Irgendwie kommen mal die Rohr zwei Leute nicht hinterher. Ja, jetzt. Den Gegner auf 200 und, was ist das? So 15 oder so müsste das ungefähr sein. Der bewegt sich da vorne auf dem Hügel. Trümlich weit weg. Versucht mal, um hier gleich zu bleiben. Vor. Okay. Okay. Ich bin drin. Das ist ein wenig zu bleiben. So Ron, noch nicht über die Kuppel gehen gleich, weil sie kurz zu verstehen sein. So Martin, da ist sie schon eine Aufgabe die erste Kuppel wegzugeben im Dorf. Von hier wo wir jetzt sind oder was? Such dir eine schöne Stelle, wo du uns drauf reingucken kannst. Von hier sehe ich nur das erste Haus rechts. Ja dann musst du aber weiter gehen, bis du eine Stelle hast, wo du drauf reingucken kannst. Vermutlich die Steine da vorne. Wenn ihr auf Position seid, bescheidt sie ihn und bin Gruppe 1 weiter. Okay Gruppe 1, Andy du bleibst bei mir und Torti und Pepper zusammen. Okay irgendwo rechts unten ist ein Gegner. Andy wir gehen auf der linken Straßenseite, Torti und Pepper dann auf der rechten. Ich verbinde mich selbst. Let's go Torti. Okay stop stop, noch nicht. Ja wir haben keine Einsicht, aber wir wurden gerade schon beschossen. Torti du voran, ich hinterher bin Medic. Okay klar Moment. Also ich hatte von Weitem schon gesehen, dass gleich im ersten Haus auf der rechten Seite einer drinnen ist. Auf der Straße bleiben oder ein bisschen weiter rechts? Also wir können jetzt hier einsehen. Okay. Die rechte Seite. Die rechte Seite. Habt ihr auch das Haus auf der linken Seite im Blick mischen? Äh. Dieter und Rorschach ihr geht mal noch ein Stückchen weiter vor, sodass ihr das linke erste Haus seht. Serno bleibt bei mir, wir decken die ersten beiden Häuser rechts. Ja. Okay. Und dann Rorschach. Ich bin ein bisschen links unter dem steigen. Okay ich sehe das erste Haus links. Kann da aber kein Gegner entdecken. Okay. So bleibt. Wenn ihr bereit seid und liegt, dann sagt ihr Bescheid, dann können die loslaufen. Ich hatte Gewehrgranaten, falls nur drin sind. Ich bin bereit, nur liegen tue ich nicht. Okay. Dann Gruppe 1 kann ein Rohr sagen. Es geht los, langsames Tempo. Ich vermute, dass auf der rechten Seite entweder aus dem ersten Haus oder irgendwo anders noch wir gerade Feuer bekommen hatten auf dem Weg hierher. Wie gesagt, das erste rechte Haus, da ist einer drin. Kann ich aber von hier nicht einsehen. Das macht ihr Tauti und Pepper. Jo. Wir müssen aufpassen, der Zugang zu dem Haus ist auf der anderen Seite. Und das heißt, der Zugang ist in Schussweite dann von fast allen Häusern. Der ist da oben, mein Gott. Okay, Laufschritt. Da läuft einer auf der rechten Seite, Gegner auf der rechten Seite. Der ist gerade hinterm Bäum. Kann ich ihn nicht mehr sehen. Oh, ich sehe noch keinen. Ich sehe auch keinen. Die Dürmer will ich sehen, er ist tot. Da auf der rechten Seite ist einer. Noch da, okay. Der ist down. Okay. Und das war der? Eine im rechten Haus. Gerade nach. Durchs Fenster erschossen. Durchs Fenster sein? Ja. Okay. Genau da, wo die Granate gerade reingeflogen ist, da stand einer. Ja. Gruppe 1 dann weiter. Ja, wir zahlen mal einen Schieß auf das erste Haus rechts, auch eine durchs Fenster. Hier, die rein. Die sind noch nicht da. Halt da rein. Die ist immer Praxe vorher. Ja, die ist dringelandet. Ja. Sah gut aus. Soll ich das hinterher Fenster auch nochmal versuchen? Von dem zweiten Gebäude? Da hat Rorschach einen erschossen, hat er gerade gesagt. Äh, Kido, kommst du mit der Hand da in dir? Oder kommst du nicht los? Kido? Bitte? Kommst du mit dem Auto, oder kommst du nicht los? Ach, geht das Auto? Wo habt ihr Kontakt? Ja, aber da sind noch zu viele, die auch in der Basis stehen. Rorschach, warst du das? Guck mal zu Fuß. Ich geh zu Fuß. Ja, ich hatte Kontakt. Okay, an die Ding... Leg dich auf die Straße hier. 220 Grad, hinter dem linken hinteren Haus. Und rutsch nach vorne. Ich versuch mal zu dir zu decken. Da waren zwei. Torti und Pepper dann ran. Den anderen sehe ich nicht mehr. Okay. Messerno deckt jetzt rechts alleine, die beiden Häuser. So. Ich würde gerne mal eine Granate anschießen. Ist das okay? Mach das. Äh, wir sind gerade gleich am Haus. Ja, ne, aber nicht da, wo ich einschießen werde. Dann bist du gesessen auch. So, wir sind am Haus. Okay, dann haltet erstmal die Position. Jetzt werden Andi und ich nochmal vorrücken. Andi, wir machen das so. Ich laufe ein Stück vor. Du gibst Deckung. Dann kommst du bis zu mir ran und dann laufe ich wieder vor. Komm mal, ja? Okay. Ich bin verletzt. Okay, Andi, nachkommen. Bis zu meiner Position. Komm mal. Okay. Ich geh nochmal ein paar Meter vor. Okay. Andi, nochmal vor. Okay. Da. So, okay. Dann können Torti und Pepper probieren, in das Haus reinzugehen. Aber ich kann halt die linke Seite nicht einsehen. Einer weniger auf der linken Seite, der wollte gerade zu euch hoch. Okay. So, ähm, Martin. Jawohl. Du steckst jetzt hier das Gelände, was vor dir ist, da, linke Seite. Pepper, sollen wir jetzt hier rechts rum machen? Ich habe Kontakt, äh, ich beschieße sie gerade mit dem ARCOG. Keine Ahnung, wenn Rohr sagt, dass es weitergeht. Ja, hatte ich gerade gesagt, okay. Ach so. Das Haus, vor dem er steht, da sollte er jetzt rein. Der Zugang ist genau auf der anderen Seite. Okay, dann versuchen wir da jetzt reinzugehen, Rorschach. Ja, pass auf. Geh vor, deck mich aus. Äh, was war das? Ich geh vor, oder du? Ich geh vor, ich bin links von dir. Du bist rechts von mir, okay. Ich bin links von dir. Passt doch im letzten Haus auf. Ich seh dich. Na, du bist links von mir, okay. drin. Diese scheiß Blechhütte da vorne, äh, Rorschach. Ich hatte hier erstmal einen. Okay. Soll ich da eine Gewehrgranate reinhalten in die Blechhütte? Achtung, da ist ein Gegner drin. Ich hab ihn gesehen. Er hat mich auch gesehen. Ja, ich guck rechts rum. Soll ich rechts? Mal durchzuschießen, dann kannst du mal durch die Blechhütte durchschießen. Ab ihn. Ab ihn. Ab ihn. Ab ihn. Ab ihn. Das ist tot, Rorschach. Okay, Peppa und Torti, das nächste Haus auf der rechten Seite, dann. Hat zwei Türen, okay. Links von euch. Äh, Rorschach, ich bin links zurück, damit ich weiter vordecken kann, ja? Es ist gut abgehakt. Es ist gut abgehakt. Guten Abend, Herr. Hallo. Hallo. Okay. Was meinst du, links zurück? Ich bin links einen Schritt zurückgegangen, damit ich weiter vorne decken kann.